Die DRV-News vom 7. Juni 2024 Bundestag, 3,5 Nanogramm THC Grenzwert beschlossen Bundestag, Änderung Konsum-Kannabis-Gesetz für Anbauvereine beschlossen Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroß-Shop Herzlich Willkommen bei den DRV-News Ein paar Vorbemerkungen habe ich diesmal wieder Die erste ist, wie üblich, wenn das so ist, dass ich es am Anfang bringe Nächste Woche gibt es wieder keine DRV-News, weil in Berlin die Hölle los ist Vor der Mary Jane, vor der großen Hanfmesse in Berlin Gibt es auch diverse andere Veranstaltungen Ich bin die ganze Woche ausgebucht im Prinzip damit Und die Mary Jane geht ja auch schon freitags los Sodass auch Martin da mit vor Ort sein wird Und wir haben weder Zeit zum Quatschen noch zum Kamera draufhalten Da werden wir vielleicht noch ein anderes Video liefern Ein kleines nächste Woche, aber keine News Weil wir so beschäftigt sind Der zweite Punkt ist der Hinweis Am Sonntag sind Europawahlen Ich habe es letzte Woche hier ausführlicher erzählt Dass wir unsere Wahlanalyse online haben auf unserer Seite Wo wir alle Parteien, die bisher im Europäischen Parlament drin waren Und die, die aussichtsreich sind, da reinzukommen jetzt Und zwar auch mehrere kleine dabei Weil die Fünf-Prozent-Hürde beim Europaparlament nicht da ist Also mal was anderes als sonst die Wahlanalysen auch Guckt euch die nochmal an Geht wählen am Sonntag Ich hänge den Link nochmal in die Videobeschreibung zu der Wahlanalyse rein Dann nochmal, wo wir gerade beim Thema Europa sind Ein kleiner Hinweis, den ich hier so offiziell noch nicht gebracht habe Ich habe hier seit einiger Zeit schon Weiß ich schon bald zwei Jahre wahrscheinlich das erste Mal gesagt habe Dass es Überlegungen gibt, eine europäische Bürgerinitiative zu machen ECI, European Citizen Initiative Hochoffiziell hätte man eine Million Unterschriften sammeln müssen Und bestimmte Mindestunterschriften in sieben verschiedenen Ländern erreichen müssen Um eben auf europäischer Ebene den Weg freizumachen Für die Legalisierung von Cannabis Wir haben ja besonders in Deutschland jetzt gerade das Problem gehabt Dass wir endlich so weit waren Dass unsere Regierung Cannabis richtig legalisieren wollte Und dann gesagt hat, ja geht nicht wegen Europarecht Ob das stimmt oder nicht Man kann offensichtlich jedenfalls das Europarecht so interpretieren Dass es nicht geht Und das ist natürlich ein Problem Und wir sind nicht die Ersten, die davon betroffen sind In Luxemburg war es genau das Gleiche Das heißt auf Dauer werden wir auf der europäischen Ebene was tun müssen Deswegen war auch bei der Europawahl-Analyse so wichtig Überall bei den Parteien in dem Programm auch reinzugucken Und für sie wichtig da reinzuschreiben Dass sie vorhaben, das Thema auf europäischer Ebene anzugehen Und das zu thematisieren Und natürlich möglichst zu versuchen Da eben den Weg freizumachen Die Parteien, die von uns gewählt werden wollen Müssen das erkannt haben Aber mit unserer europäischen Bürgerinitiative Kommen wir eben nicht vorwärts Weil dieses Thema da nicht adressiert werden konnte Wir hatten uns mit einigen Partnern auf europäischer Ebene Auf einen Text geeinigt Der verschiedene Komponenten beinhaltet hat Verbesserungen bei Cannabis als Medizin Thematisierung von Entkriminalisierung von Konsumenten Was für uns aber alles nicht so relevant ist in Deutschland Ja, wir werden eh mehr oder weniger am Start haben Jedenfalls durch diese Petition sich da nichts verändern würde Sondern nur dieses Thema, ja, Weg freimachen für Legalisierung War für uns halt relevant Und das ausgerechnet ist eben nicht möglich Hat uns die Kommission aus der Liste gestrichen sozusagen Und den Rest übrig gelassen Und da war auch jetzt, sagen wir mal Der Enthusiasmus aus der Gruppe raus Nicht nur bei uns, sondern auch international Das war schon absehbar Aber ich habe jetzt auch nochmal offiziell Dass das nicht stattfinden wird Ja, das sah man auch jetzt Auf der Seite der Europäischen Kommission Wo die Berichte sind über diese angemeldete Bürgerinitiative Dass die jetzt wieder zurückgezogen worden ist Und jetzt wisst ihr auch, warum So, und nochmal Cannabis-Normal-Konferenz Wir haben, wie gesagt, sehr viel zu tun Aber letzte Woche auch schon mal einiges erzählt Überhaupt nicht die ganze Zeit am Jammert Dass wir gerade so viel zu tun haben Nachdem das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist Und alle tausend Fragen auf uns einprasst Und alle möglichen To-dos Und wir haben einen draufgesetzt Mit der Konferenz, die wir Ende Juni machen Unter anderem eben, weil so viel zu besprechen ist Und weil so viel zu interpretieren ist Was dieses Cannabis-Gesetz angeht Wo wir in diversen Sessions Ende Juni in Berlin klären werden Wie bestimmte Dinge zu interpretieren sind Was man darf und was man nicht darf Ich möchte auch nochmal heute insbesondere darauf hinweisen Dass wir einen besonderen Schwerpunkt haben Was die Anbauvereine angeht Weil die Regelungen zu den Anbauvereinen Am 1.7. in Kraft treten werden Die waren ja verschoben worden Während die Entkriminalisierung der Konsumenten Und auch des Eigenanbaus zu Hause Schon am 1.4. in Kraft getreten ist Haben sie nochmal die Anbauvereine Den Teil des Gesetzes Auf den 1.7. verschoben Der steht jetzt vor der Tür Und deswegen haben wir gesagt Komm, machen wir den Kraftakt auch noch durch Und machen jetzt auch nochmal Eine Cannabis-Normalkonferenz Um all das zu besprechen Was da jetzt ansteht Und sich abzeichnet und so weiter Und mit allen, die jetzt in den Startlöchtern stehen Mit den Hufen scharren Und sich überlegen Was passiert denn jetzt Und wie machen wir das jetzt Oder wie ist der Stand der Dinge Deswegen machen wir eben auch jetzt Diese Cannabis-Normalkonferenz Und haben wirklich auch Besonder einen Schwerpunkt Bei den Anbauvereinen Haben insgesamt vier Sessions Die sich nur damit befassen Alleine zwei, die von Anwälten Spezialisten geleitet werden Die sich besonders auf dieses Thema konzentrieren Einer mehr so aus der Wirtschaftlichkeitsperspektive Der andere mehr aus der vereinsrechtlichen Perspektive Dann haben wir Anbauspezialisten dabei Die skizzieren, wie man jetzt überhaupt So einen Anbau für 500 Leute Organisieren und hochziehen kann Und dann haben wir da auch noch eine Session Wo eben viele bekannte Veteranen Sozusagen von den Anbauvereinen Selbst nochmal ihre bisherigen Eindrücke Darlegen Und auch nochmal die Fallstricke Mit denen sie sich da befassen Und die Hürden, mit denen sie da zu tun haben Und so weiter Das alles vortragen werden Die Namen kennt ihr, wenn ihr in die Liste guckt Sag ich mal, die meisten von euch Jedenfalls die Wiedmower unter euch Also das wird wirklich spannend Und das Besondere daran Ja, wo ich mich besonders drüber freue Wir haben jetzt auch die ersten Vertreter Vor Ort bei der Cannabis-Normalkonferenz Von den noch unbekannten mehr oder weniger Behörden Die zuständig sind für die Kontrolle Der Anbauvereine Hier nochmal eine herzliche Einladung Auch an alle anderen Die davon vielleicht noch nichts gehört haben Und jetzt dabei sind In so einer Behörde zu arbeiten Die gerade von ihrem Bundesland zum Beispiel Oder ihrer Kommune Die Nachricht gekriegt haben Du bist jetzt Mr. Anbauverein Oder gehörst zum Team Die das beaufsichtigen sollen Und ihr wisst gar nicht Worum geht es eigentlich Was sind das für Leute Wie ticken die Komm mal zur Cannabis-Normalkonferenz Guckt euch das an Jedenfalls haben wir mehrere solche Vertreter Aus verschiedenen Bundesländern dabei Die werden nicht selber referieren Aber die kommen auch zum Zuhören Die kommen um mal zu gucken Wie ist der Stand der Dinge Wie sieht die Community das Ganze Mit welchen Leuten haben wir es eigentlich zu tun Und so weiter Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit Ins Gespräch zu kommen mit den Leuten Im Publikum untereinander sozusagen Da freue ich mich besonders Ja, dass wir das wirklich wieder schaffen Da die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen Wie wir es immer machen Politik, Wissenschaft und Aktivismus zusammenzubringen Also das ist in dem Fall jetzt wieder Besonders interessant Und wirklich auch ein interessanter Zeitpunkt Ich bin selber immer mehr gespannt darauf Wie das wird Ich glaube, es wird gut Und ihr solltet auch nicht ewig warten Mit Tickets kaufen Weil jetzt eben auch Fußball-Europameisterschaft Ist und Berlin voll wird Und es mit den Buchungen nicht einfacher wird Was die Überdachtungen angeht Von daher Ja, macht ihr am besten schnell Was die Bucherei angeht Und wir können auch besser Sozusagen sehen Wie die Auslastung so sich entwickelt Ja, dann jetzt kommen wir zu den ganzen Bundestagsthemen Ja, die zwei Themen habe ich jetzt hier noch Auf dem Zettel für heute Dann ist auch wieder vorbei Aber der Bundestag hat diese Woche tatsächlich Zwei wichtige Projekte An den Start gebracht Also eins findet er selber wichtig Ja, das finde ich nicht so Aber das mit der THC Grenzwertgeschichte für den Straßenverkehr Ist natürlich das entscheidende Thema Was allen massiv Unter den Fingern brennt Fingernägeln Auf jeden Fall Was so brennt Viele, die immer gesagt haben So, die ganze Entkriminalisierung Das interessiert mich alles nicht Solange ich einen Führerschein verliere Ja, und jetzt noch mehr Straßenkontrollen sind Als vorher schon Ja, ich traue mich gar nicht mehr zu konsumieren Viel schlimmer als vorher Solange eben insbesondere Dieser 1 Nanogramm-Grenzwert gilt Und man praktisch als halbwegs mehr oder weniger Regelmäßiger Konsument Ständig darüber ist Über den 1 Nanogramm Obwohl man knüppelnüchtern ins Auto steigt Das ist natürlich wirklich ein Problem Hat die Politik ja aber auch gesehen Und jetzt tatsächlich gehandelt Und diese Woche war erstmal eine Anhörung Zu dem Thema am Montag Die könnt ihr euch auch angucken Die ist auch ganz interessant gewesen Zwei Stunden lang Verschiedene Referenten Im Großen und Ganzen kann man sagen Haben die dem 3,5 Nanogramm-Grenzwert zugestimmt Es gab ein paar, die gesagt haben Ja, wir sollten den nicht anheben Wir sollten bei einem Nanogramm bleiben Und überhaupt sollte man da nichts lockern Und so weiter Aber die Mehrheit war doch In die Richtung unterwegs Dass das bisher halt wirklich ungerecht ist Und nüchtern Leute bestraft Und so weiter Und hat der Grenzwert angehoben gehört Ich selber war da nicht dabei Ich war leider in der gleichzeitig stattfindenden Anhörung In der gleichzeitig stattfindenden Anhörung Zu dem anderen Thema, was gleich kommt Aber zum Beispiel Fabian Steinmetz Vom Schulhofer Kreis war dabei Und noch einige andere vernünftige Leute Könnt ihr euch das mal angucken Ist auf jeden Fall darauf rausgelaufen Dass sich nichts mehr geändert hat Im Gesetz Es ging also ganz schnell diese Woche hintereinander weg Montag die Anhörung Dann war noch dazwischen die Sitzung im Ausschuss Da gibt es auch nochmal Aussprache Und dann schon gestern Abend, Donnerstagabend Im Bundestag ist das Ding verabschiedet worden Auch nochmal wurden Reden gehalten dazu Und vielleicht mache ich hier eine ganz kurze Pause Und dann vielleicht macht Martin Haugel einen kleinen Schnipsel rein Wenn er nett ist Lassen Sie mich nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer Auch etwas gerade rücken Sie sind dabei, bei einer Droge nach dem Konsum Das Autofahren zu erlauben Und wenn Sie jetzt hier argumentieren Ich habe Ihnen das schon im Ausschuss gesagt Dass Sie den Eindruck erwecken Dass junge Leute Die vielleicht jetzt mal Cannabis probieren wollen Dass die abends um 20 Uhr ein Joint rauchen Und sich um 22 Uhr ans Auto setzen Die werden mit Sicherheit über 3,5 Nanogramm haben Mit ihrem Redebeitrag Haben Sie keinerlei Beitrag für Verkehrssicherheit Sondern Sie haben zur Verunsicherung beigetragen So Und das war so die Anhörung Und es wurde so beschlossen Wie es reingegangen ist in den Ausschuss Ist es auch wieder rausgekommen Und das heißt 3,5 Nanogramm THC Pro Milliliter Blutserum Das ist das, was von Anfang an klar war Wo ich hier auch immer gesagt habe Das wird kommen Ein höherer Grenzwert ist ausgeschlossen Meiner Meinung nach Und jetzt haben wir den halt Noch nicht 100% sicher Da komme ich gleich nochmal zu Es könnte auch noch passieren Dass es irgendwie doch nochmal Ärger gibt Aber eben nicht in die Richtung Dass er höher wird Sondern eher Dass die Gegner dieser ganzen Geschichte Da jetzt nochmal versuchen Das irgendwie zu torpedieren möglicherweise Aber bis jetzt ist es ganz gut gelaufen Die Anhörung auf jeden Fall relativ eindeutig In die richtige Richtung Noch ein paar Probleme gibt es aber An dem Punkt Also erstmal 3,5 Nanogramm an sich Ist natürlich kein Traumwert Da werden uns einen größeren Höheren Wert vorgestellt Auch wenn ich ja sage Es wäre nicht durchsetzbar gewesen Aber trotzdem gibt es international Beispiele Mit höheren Grenzwerten Und es wird immer noch Leute geben Die wegen einer Drogenfahrt belangt werden Oder einer Cannabisfahrt Obwohl sie nüchtern ins Auto steigen Und obwohl sie eben am Abend vorher Mit ausreichend zeitlichem Abstand konsumiert haben Weil eben bei regelmäßigen Konsumenten Und die, die viel konsumieren Insbesondere am Tag Sich THC ablagert im Fettgewebe Und immer was ausschwemmt Und immer so ein Grundstock Von wenigen Nanogramm im Blut vorhanden sind Die aber gar keine Wirkung entfalten Dafür ist das eben zu wenig Das wirkt nicht Aber trotzdem sind sie vielleicht Über 3,5 Nanogramm Und kriegen dann immer noch Eine Drogenfahrt Und das schält Also das alte Problem Was wir bei einem Nanogramm auch haben Wird weiterhin immer noch Manchen Leuten Probleme machen Aber eben der Großteil der Leute Die abends konsumieren Und am nächsten Tag fahren Die meisten sind ja auch Gelegenheitskonsumenten Nein, zahlenmäßig Oder eben die, die sehr wenig Abends konsumieren Die werden durchkommen Durch diese Nummer Die werden dann keine Also nicht über 3,5 Nanogramm liegen Wie das genau bei jedem Einzelnen individuell Ist natürlich jetzt sehr viel Unsicherheit da Ja, wer weiß das schon Ich habe jetzt keinen Nanogramm-Ticker Irgendwie auf dem Handgelenk oder so Ja, der mir sagt Wo ich jetzt da gerade stehe Das heißt Da werden wir auch Dann noch Möglichkeiten finden müssen Wahrscheinlich werden sich da auch Angebote rausentwickeln Ja, die einem irgendwie mal anbieten Okay, hier kannst du mal Eine Blutprobe abgeben Und dann sagen wir dir irgendwie Wo du da gerade standest Ja, dass man morgens Irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt hingeht Ich höre auch jetzt von mehreren Leuten Die das mit den Hausärzten Mal ausprobieren Und sagen Ja, ich hätte gern Morgens um 8. Mal einen Termin Ja, da stelle ich nochmal Mal ins Auto Ich mache mein normales Konsummuster abends Und ich will einfach mal wissen Wie viel Nanogramm habe ich denn dann Ja, bin ich jetzt sicher Oder bin ich nicht sicher Ähm Das soll wohl auch gehen Ja, auch wenn ich Noch keinen konkret gehört habe Der es wirklich gemacht hat Aber einige, die es vorhaben Die es anmelden und so weiter Ähm, ihr könnt ja mal In die Kommentare schreiben Ob ihr das schon gemacht habt Beim Hausarzt oder Hausärztin Da so einen Test mal zu machen Ähm, was dabei rausgekommen ist Und ob ihr zu denen gehört Die auf der sicheren Seite sind Oder eher nicht Dann gibt es natürlich noch Ein paar andere Kleinigkeiten Die kritisch sind Insbesondere Größte davon Größte Brocken Ist, dass für Fahranfänger Weiterhin eine Nulltoleranz Gelten soll Was ja bei Alkohol auch der Fall ist Da gilt auch die 0,5 Promille Grenze Nicht für Fahranfänger Ähm Und das ist ja Heißt ja auch Führerschein Auf Probe Sozusagen Und von 18 bis 21 Das sind drei Harte Jahre Im jungen Erwachsenenalter Wo viele sicherlich Konsumieren gerne Und im Freundeskreis Viel konsumiert wird Und so weiter Oder gern konsumiert wird Äh Und die haben weiterhin Eben dieses Problem Nulltoleranz Und zwar ein Nanogramm Also nicht null Sondern eins In dem Fall Genauso wie bei Alkohol Letztendlich auch Aus technischen Gründen Quasi 0,2 Promille Und nicht 0 Promille Gilt Ja ein bisschen Naturalkohol Hat man sowieso Wenn man Apfelsaft trinkt Zum Beispiel Und ein Nanogramm Wird toleriert Aber eben mehr auch nicht Und das ist eigentlich Unsinnig Weil unter 3,5 Nanogramm Tatsächlich nicht mit Irgendeiner Wirkung Zu rechnen ist Die irgendwie Für Unfälle relevant wäre Eigentlich geht man sogar Was Unfallwahrscheinlichkeit angeht Noch von noch deutlich Höheren Werten aus Als 3,5 Nanogramm Dass dann erst Die Unfallwahrscheinlichkeit steigt Von daher Hätte man ruhig Diese 3,5 Nanogramm Auch für Fahranfänger Gelten lassen können Die sind im Prinzip Auch schon null Toleranz Ja Die erwarten von allen Dass sie nüchtern fahren Komplett anders als bei Alkohol Ja es ist keine Angleichung zu Alkohol Da haben wir mit 0,5 Promille Wert wo durchaus Eine gewisse Berauschung Akzeptiert wird Vom Staat Weil Cannabis nicht Ja da wird gesagt Also 3,5 Da ist keine Wirkung Ja und Darüber Werdet ihr im Prinzip Ärger kriegen Ja Also das Übrigens Da war auch ein Polizist In der Anhörung dabei Der sagt Ja da brauchen wir Dann verschiedene Schnelltests Danachher Ist ja schön Auf Speicheltests Umzustellen Aber brauche ich Dann zwei verschiedene Einmal für einen 3,5 Nanogramm Grenzwert Und dann für Fahranfänger Einen anderen Und dabei ist Dann auch noch Ein anderer Punkt Aufgefallen Den wir auch Gar nicht Auf dem Schirm Hatten Und zwar Sagte der Dass für Personenbeförderer Dann auch weiterhin Ein Nanogramm gelten Und nicht 3,5 Nicht für Gefahrguttransporter Sagt er Ja was irgendwie Komisch wäre Und da haben wir Auch ein bisschen Waffe geguckt Ja aber da steht Gar nichts von In diesem Gesetzentwurf Für die Änderung Der Fahrerlaubnisverordnung Des Straßenverkehrsgesetzes Personenbeförderung Kommt da nicht vor Aber Kollege Simon Krauser Hat dann mal Ein bisschen recherchiert Und ist zum Beispiel Auf die Burkraft gestoßen Ja habt ihr schon Mal von der Burkraft gehört Ich wusste da nichts von Das ist Die Verordnung Über den Betrieb Von Kraftfahrunternehmen Im Personenverkehr Bargraf 45 Ordnungsfähigkeit Ist genauso formuliert Wie In der Änderung Jetzt In der Jetzt beschlossenen Fassung Der Fahrerlaubnisverordnung Und Straßenverkehrsgesetz Dass bei Fahranfängern eben Dass sie kein Cannabis Konsumieren dürfen Da steht auch nicht Konkret ein Nanogramm drin Sondern einfach nur Dürfen nicht Und im Beschreibungs- Und Erklärtext Hinten drin steht dann Ja das bedeutet eben Diesen analytischen Grenzwert Von ein Nanogramm Und dieselbe Formulierung Ist eben auch In dieser Verordnung Für die Burkraft Ob das jetzt auch Für Zugführer gilt Weiß ich nicht Weil hier ist erstmal Nur von Busfahrern die Rede Mehr oder weniger Wahrscheinlich gibt es da Auch noch eine Zugkraft Oder so Wo das auch nochmal steht Keine Ahnung Auf jeden Fall ist das Ein Problem für Personenbeförderer Ja das wir bis jetzt Auch nichts von wussten Ja ihr müsst euch mal Beschweren irgendwie Und bei euren Interessenvertretungsverbänden Irgendwie mal anklopfen Und sagen Da das ändern Wollt Wir wollen das auch nochmal Ändern Gerne Ja das ist also schräg Entweder ist man nüchtern Unter 0,3 Oder 3,5 Nanogramm Oder man ist jetzt nicht Ja also Man ist nüchtern Man darf auch Personenbefördern So Dann ist noch ein Punkt Der was unklar ist Nämlich eine neue Definition In der Vererlaubnisverordnung Von Missbrauch Das wurde ja schon Einmal geändert Was dazu geführt hat Dass eben jetzt Nicht mehr gleich Beim ersten Verstoß Eine MPU angeordnet wird Sondern nach mehrfachem Verstoß Genauso wie bei Alkohol Und es war auch Dieselbe Formulierung Wie bei Alkohol Drin Nämlich Also die jetzt Geltende Fassung Nach Nach dem ersten vierten Missbrauch Das Führen von Fahrzeugen Und ein Die Fahrsicherheit Beeinträchtigender Cannabiskonsum Können nicht hinreichend Oder sicher getrennt werden Jetzt steht da Das Führen von Fahrzeugen Und ein Cannabiskonsum Mit nicht fernliegender Verkehrssicherheitsrelevanter Wirkung Beim Führen eines Fahrzeugs Können nicht hinreichend Sicher getrennt werden Ihr habt wahrscheinlich Den Unterschied Gar nicht rausgehört Ich musste das auch Jetzt dreimal lesen Was soll das überhaupt Wo ist überhaupt der Unterschied Jedenfalls in der jetzigen Fassung steht da Missbrauch ist Wenn tatsächlich Beeinträchtigender Die Fahrsicherheit Beeinträchtigender Cannabiskonsum Vorhanden ist Und neu Wenn er vielleicht Vorhanden ist Ein nicht fernliegender Nicht fernliegende Wirkung Und zwar auch nicht Fahrsicherheit beeinträchtigend Sondern nicht fernliegend Verkehrssicherheitsrelevant Und in der Beschreibung Und in der Beschreibung wird Befürchtungen Befürchtungen Man wird letztendlich in der Praxis Nanogrammgrenzwert halten Ich weiß wie viel Nanogramm Hatte ich eigentlich im Blut Und ist ja immer die Möglichkeit Schnelltests zu machen Wo wir im Moment sagen Linnt die ab Ja Das ist ja erstens Überhaupt nicht gerichtsfest Und da gibt es Falsch positive Sachen Und vor allen Dingen Meistens in Deutschland Werden immer noch Urintests benutzt Die wochenlang noch Den Konsum nachweisen Über Abbauprodukte von THC Das sagt überhaupt nicht so aus Ob ich überhaupt THC im Blut habe Sondern nur Dass ich ein Cannabiskonsument bin Und dann schicken sie einen Deswegen zur Blutprobe Also das kann man sich auch sparen Da wäre ein Speichertest Wirklich ein großer Fortschritt Weil die nicht so lange Zurückblicken Was den letzten Konsum angeht Und das stand auch In der Expertenkommission Drin da In der Stellungnahme Neben dem 3,5 Nanogrammgrenzwert Dass das eben auch Ein riesen Fortschritt wäre Und auch im Prinzip Nochmal was wäre Wo man dann Mit dem jeweiligen Cut-off-Wert Dieser Tests Dann vielleicht auch Die regelmäßigen Konsumenten Da nochmal ein bisschen Entlasten könnte Dass die eben Selbst wenn die Vielleicht 4 Nanogramm haben Oder so Mit diesem Speicheltest Immer noch irgendwie Durchkommen Weil die ja auch Keine Beeinträchtigung haben Je regelmäßiger Desto weniger Beeinträchtigungen Kann man auch sagen Und trotzdem hat man Mehr THC im Blut Nun ist es aber so Dass diese Umstellung Im Speicheltest Im Gesetz gar nicht Erwähnt wird In der Gesetzänderung Ja das kann man Nicht gesetzlich vorschreiben Das habe ich schon befürchtet Also jedenfalls Machen sie es jetzt nicht Sondern sie geben das Weiter an die BAS Die Bundesanstalt Für Straßenwesen Die dazu jetzt Empfehlungen Formulieren soll Und auch diesen Cut off Wert Also wann bis zu welchem Punkt Sollen die überhaupt Jetzt noch positiv Anschlagen Diese Tests Und wo dann nicht mehr Dazu soll jetzt diese Anstalt Die ans Verkehrsministerium Angegeltet ist Vorschläge machen Na das ist also noch Offen sozusagen Wie das weitergeht Mit den Speicheltests Und auch noch offen Ob überhaupt die Landespolizeibehörden Sich jetzt daran halten Werden Oder ob die Das dann müssen Wenn es nur Empfehlungen Sind müssen sie Vermutlich nicht Und ob sie das machen Eben Und was dann der Cut off Wert ist Und wenn wir den dann haben Und wissen Was hat Vorschläge gemacht Und wir wissen Die Polizei benutzt Dann auch die Tests Mit dem Cut off Wert Den Die ihnen da vorschlagen Dann wird man sich Auch als Konsument Solche Tests Besorgen können Wenn es jetzt Zumindest nicht Mit irgendeinem Super teuren Gerät Verbunden ist Was die Polizei Dann irgendwie Im Auto mit sich führt Vermutlich Doch eher Einfach normal So Schnelltestdinger Wie man das auch Von Corona kennt Die wird man sich Dann zumindest Auch als Privatmensch Besorgen können Und dann endlich Mal rausfinden können Ohne zum Arzt zu gehen Wie ich am Anfang gesagt habe Und eine Blutprobe abzugeben Bin ich da jetzt sicher Kann ich jetzt fahren Oder nicht Das ist ja letztendlich Worauf ankommt Den meisten Diese Unsicherheit Loszuwerden Wenn ich jetzt hier sage Die meisten sind Sind irgendwie sicher Aber wisst ihr denn jetzt Ob ihr da jetzt sicher seid Oder nicht Mit eurem Konsummuster Jeweils individuell Ist halt schwer zu sagen Ich selber weiß auch nicht Was ich irgendwie Wann für einen THC Wert habe Und so weiter Würde ich auch ganz gerne wissen Und ich hoffe Dass wir da dann eben auch Irgendwann noch Und möglichst schnell Weiterkommen an dem Punkt So jetzt muss das Ganze Aber noch nicht Im Bundesrat Wie jedes Gesetz Ich habe am Anfang gesagt Das gilt jetzt auch nicht Nur wer der Bundestag Das beschlossen hat Wir haben immer zwei Parlamentskammern Und manche Gesetze Und manche Gesetze sind zustimmungspflichtig Manche nicht Das haben wir hier in den News Ja ausgiebig durchgekaut Beim Cannabis Gesetz Was letztendlich nicht Zustimmungspflichtig war Aber trotzdem noch mal Ganz eine große Diskussion Am Ende war Ob der Bundesrat Vielleicht den Vermittlungsausschuss Anruft Und damit zumindest noch mal Monatelang Ein halbes Jahr Mindestens irgendwie Das Ganze verzögert Oder bis zum Sankt-Nimmerleidenstag Da tot diskutiert Und am Ende kommt das gar nicht Auch das wäre theoretisch noch möglich Auch wenn der Bundestag Sowas dann überstimmen kann Wenn es keine zustimmungspflichtigen Gesetze sind Jetzt Es gab es heute schon eine Meldung Wie ich gesehen habe Oldenburger Nachrichten Nachrichtenagentur DTS Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr In Kraft treten verzögert sich Und zwar Weil der Bundesrat Nicht auf die Bitte des Bundestages eingegangen ist Da ein beschleunigtes Verfahren zu machen Also der Bundesrat hat das Recht Eine gewisse Frist zu bekommen Um sich mit dem Gesetz zu befassen Das wird auch in den Ausschüssen des Bundesrats Dann noch mal besprochen Also Verkehr, Gesundheit und so Bevor es dann im Bundesrat Selber verabschiedet wird Und der Bundesrat hat an dem Punkt In dem Bundestag gesagt Nee, also hier machen wir kein Schnellverfahren Das machen wir ein Normalverfahren sozusagen Und das bedeutet letztendlich Dass dieses Gesetz nicht schon am 14.06. Sondern erst am 5.07. In den Bundesrat gehen wird Und danach in Kraft treten kann Wenn eben der Vermittlungsautos Nicht angerufen wird Es ist also keine Verzögerung eigentlich Wie hier diese Nachricht Der Oldenburger Nachrichten Zum Beispiel suggeriert Sondern es ist der normale Weg Ganz normales Verfahren sozusagen Er war eben nicht beschleunigt Und jetzt für die Frage Wie wahrscheinlich das ist Dass der Bundesrat Da jetzt noch mal Probleme macht Schwer zu sagen Ich habe eher den Eindruck Dass es nicht wahrscheinlich ist Dass es da noch mal Probleme gibt Habe ich beim letzten Mal aber auch gedacht Bis dann irgendwie klar war Oh, wir haben jetzt doch ein Riesenproblem hier Die Frage ist nur Was jetzt irgendwelche Protestaktionen angeht Ich glaube, dass die Community Bei 3,5 Nanogramm Grenzwert Jetzt nicht furchtbar wild darauf ist Dafür zu kämpfen Ja, und jetzt über eine Riesenprotestaktion Zu starten An die Bundesländer zu sagen Macht das bitte jetzt sofort Ohne Verzögerung und so weiter Weil die meisten sich da immer noch Irgendwie auf den Schlips getreten fühlen Dass das so hoch ist Der Grenzwert Nicht hoch genug ist Der Grenzwert So oder so Ich hoffe mal Dass das jetzt durchgeht Ich halte das für eine Erhebliche Verbesserung Tatsächlich für die allermeisten Konsumenten Wenn auch nicht für alle Ja, aber deswegen müssen ja nicht die Die da jetzt noch keine Verbesserung sehen Sozusagen Den anderen das nicht gönnen Dass das jetzt erstmal so weit in Kraft tritt Wie wir das kriegen sozusagen Dann müssen wir halt langfristig weiterkämpfen Für höhere Grenzwerte Aber vor allen Dingen auch für andere Testverfahren Ja, dass man irgendwie testet Ob Leute nüchtern sind Ob die fahrtüchtig sind Und nicht, ob die irgendwie Ein Nanogramm mehr oder weniger THC im Blut haben Darauf kommt es ja an Letztendlich hat die Leute sicher erfahren Und dass man da in der Forschung Was vorwärtskommt Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert So, jetzt das zweite Thema Was diese Woche im Bundestag beschlossen worden ist Eine Änderung des Konsum-Kannabis-Gesetzes In Bezug auf die Anbauvereine Da geht es um die Umsetzung Einer Protokollnotiz Von Gesundheitsminister Lauterbach Zum Bundesrat Als nämlich das ganze Cannabis-Gesetz Mit allem drum und dran Im Bundesrat war Ihr wisst das wahrscheinlich größtenteils noch Da haben wir ja ein Riesentheater gemacht Ja, weil der Bundesrat da gezögert hat Und weil wirklich völlig unklar war Ob das ganze Projekt Überhaupt jetzt nochmal Ewig verzögert wird Ja, und das auch naheliegend war Das wäre fast passiert Wenn wir nicht irgendwie so Richtigen Aufstand gemacht hätten Da Und Lauterbach hat da quasi auch nochmal Mitgeholfen Wieso das auch immer funktioniert hat Ja, da seine Gesundheitsministerkollegen SPD in den Bundesländern Damit überzeugt Dass er gesagt hat Wir schärfen nochmal nach Bei dem Gesetz Und wir machen halt Leben den Anbauverein Nur mal ein bisschen Schwerer Ja, wahrscheinlich hat er gesagt Wir schützen die Jugend damit Ja, und dann ist gut Ja, dann können wir das jetzt unterstützen Dann haben die gesagt Ja, dann wenn das so ist Dann machen wir das Obwohl das mit Jugendschutz Überhaupt nichts zu tun hat Aber darum ging es jetzt Dass diese Protokollnotiz Umgesetzt werden sollte Lauterbachs Versprechen An den Bundesrat Der Bundestag hat sich offenbar auch Gezwungen gefühlt hat Jetzt zu machen Weil eben der Bundesrat Dann ja deswegen im Prinzip Dem Gesetz zugestimmt hat Und deswegen müssen wir jetzt halt Liefern sozusagen Wer Lauterbach da irgendwie Den Zettel abgegeben hat Und versprochen hat Da hat er jetzt nochmal was ändert da Und zwar Drei Im Wesentlichen Drei wichtige Änderungen Die eben für die Anbauvereine Schwierig sind Dazu gab es übrigens Auch eine Anhörung Am Montag Habe ich ja gesagt Da war ich auch dabei Da gibt es auch eine Schriftliche Stellungnahme Vom Handverband Wo ich diese drei Punkte Auch kritisiert habe Von Da gibt es auch von der Sitzung einen Auszug Von meinen Antworten Hier im DHV YouTube Kanal Diesmal waren es nur zwei Antworten Richtig wenig Antwortzeit Könnte ich auch mal angucken Und vor allen Dingen Die schriftliche Stellungnahme Um nochmal nachzuvollziehen Wovon ich ja eigentlich rede Bei diesen Verschlechterungen Der Anbauvereine Zwei davon sind tatsächlich Wie vorgesehen Beschlossen worden Einerseits Ging es darum Dass Paketlösungen Gebündete Dienstleistungen Bis hin zur schlüssigfertigen Go Anlage Verboten werden sollen Also es gibt Es soll nicht Von einer Von einem Unternehmen Mehrere Wesensfremde Arten von Dienstleistungen Lieferungen Und so weiter Zur Verfügung gestellt Werden können Das ist Das größte Problem Eigentlich für die Anbauvereine Meiner Meinung nach Weil viele eben jetzt Erstens das Problem haben Dass sie das gar nicht Finanziert kriegen Irgendwie Sechsstellig Bis mehrere Hunderttausend Euro Anbau Für 500 Leute Aus dem Boden Zu stampfen Auf einen Schlag Wo soll denn die Kohle Herkommen Das ist gar nicht so einfach Wenn man aber die Anlage mieten Oder leasen kann Bezahlt man vielleicht Über zehn Jahre Was mehr Aber man hat im Prinzip Diesen riesen Brocken an Anfangsinvestitionen Erstmal nicht Zu verdauen Und zweitens Sind das ja keine Orga-Profis Alle Keine Management Erfahrungsleute Das ist für Ehrenamtliche Vorstände Von Leuten Die sich Die Cannabis-Enthusiasten Sind und sich mit dem Anbau auskennen Vielleicht Ist das nicht so Einfach zu managen So ein riesen Projekt mit mehreren Hunderttausend Euro Das richtig zu investieren Und so weiter Und irgendwie Die ganzen Verträge Auszuhandeln Und so Da wäre es schon Auch deswegen ganz gut Wenn man Das einfach ein bisschen Erleichtern könnte Indem Dienstleistungsmäßig Für die erledigt wird Das heißt ja dann nicht Dass irgendwie Das Gras für die Angebaut wird Das müssen die ja Immer noch selber machen Nach dem Gesetz Das ist auch klar Und das heißt auch nicht Wie in der Gesetzbegründung Immer heißt Ja, dass kommerzielle Projekte da irgendwie Verhindert werden sollen Das ist ja auch nicht der Fall Weil die ganzen Dienstleistungen Lieferungen und so weiter Um die es da geht Die kaufen die Vereine ja trotzdem Nur eben nicht aus einer Hand Sondern die müssen 20 Einzelverträge machen Also insofern Halt ich das Ganze Für völligen Blödsinn Auch nicht für Jugendschutz Oder sonst irgendwas Das ist einfach nur Irgendeine Art Verschärfung Reingeworfen in den Pool Um irgendwie Ängste zu beruhigen Oder so Obwohl das überhaupt Keinen Sinn macht Alles Das ist aber jetzt so Verabschiedet worden Und auch der zweite Punkt Nämlich, dass mehrere Vereine An einem Standort Verboten werden können Von den Bundesländern Ja, immerhin können Das stand so in der Protokollnotiz auch nicht Drin, äh, aber jetzt ist es den Ländern Überlassen, ob sie das verbieten wollen Und wenn ja Bei wie vielen Anbauvereinen denn Ja, da muss das mit jedem einzelnen Bundesland Einzelnen ausgehandelt werden Ob zum Beispiel in irgendeinem Fabrikkomplex Jetzt nur ein Cannabis-Club Angesiedelt werden darf Oder zehn Oder fünf Oder was Ist also unklar Ähm, insofern auch eine Verschärfung Des Gesetzes Vorher war das möglich An einem Standort Mehrere zu bündeln Jetzt Beißbart nicht Ja, das ist also auch beschlossen worden Und Was die Ampel-Fraktion Aber geändert haben Ist der dritte Kritikpunkt Den wir hatten Nämlich war auch geplant Dass Angestellte der Anbauvereine Nicht mehrere Tätigkeiten Wesensfremde Tätigkeiten Machen dürfen So wie die Dienstleister eben auch Ja, keine Paketlösungen Weder bei externen Dienstleistern Noch bei internen Angestellten Und Das haben wir auch kritisiert Und gesagt Ja, was soll das Ja, auch das Wer doch macht Den Den doch eben einfacher Zu sagen Einer ist hauptverantwortlich Durch Bündelungen Verschiedener Tätigkeiten Können wir uns das leisten Den hauptamtlich anzustellen Oder die Und haben dann jemanden Der da irgendwie wirklich Davon lebt Und sich auch verantwortlich fühlt Und nicht nur nebenbei Irgendwie da ein bisschen rumwurschtelt Das Ist also Jetzt Haben die Ampelfraktionen Nicht mitgemacht Und haben gesagt Okay, das muss auch weiter möglich sein Diese Flexibilität Diese Möglichkeit Des ursprünglichen Cannabis-Gesetzes Bleibt den Vereinen Also erhalten Einer von drei wichtigen Punkten Da sind sie uns entgegengekommen Das können wir jetzt interpretieren Wie ihr wollt Aber es gab jetzt auch da nochmal Protokolle davon Wie sich die einzelnen Parteien Im Gesundheitsausschuss Zum Beispiel positioniert haben Wie sie das alles begründet haben Und so Und da merkte man eben Ja, die Durch Lauterbachs-Move Da haben die sich da verpflichtet gefühlt Und möglicherweise Ja, so unsinnig wie das alles ist Hat vielleicht tatsächlich Dieser Move Da den letzten Ausschlag gegeben Dafür Dass eben im Bundesrat Letztendlich der Weg frei geworden ist Das ist schwer zu beurteilen Hier wurde das Schnellverfahren Akzeptiert An dem Punkt Ja, was ja auch Sinn macht Weil die ganzen Anbau Vereinsthemen Zum 1.7. in Kraft treten Am 1.7. Ab dann können die Vereine Anträge stellen Und deswegen Ist der Bundesrat jetzt bereit Schon am 14.6. Über diese Gesetzänderungen Zu entscheiden Damit die dann eben Rechtzeitig in Kraft treten Und alle wissen, was los ist Wenn am 1.7. Die Anträge gestellt werden Können Bei den zuständigen Behörden Die unter anderem Auch bei der Cannabis-Normal-Konferenz Dabei sind Ja, wo wir über diese ganzen Themen reden werden Wie das jetzt weitergeht Wer vielleicht schon Einen fertigen Antrag hat Und wie das genau gemacht wird Ja, viele die vielleicht Eher kleiner anfangen Nicht gleich mit 500 Leuten Wie der Anbau organisiert ist Ja, und welche ganzen Rechtlichen Fragen Damit bedacht werden sollten Kommt zur Cannabis-Normal-Konferenz Redet mit uns darüber Dafür haben wir die gemacht Und damit bin ich bei den Terminen In Darmstadt Darüber hinaus Ein bisschen noch mit dabei Und dann muss ich wieder Weiter zu anderen Terminen Das Da geht es auch um CSCs Da sehen wir vielleicht auch noch Ein paar von den CSC-Vertretern Das sind immer höherwertige Preise Das ist dann wirklich auch Was für die Die jetzt wirklich loslegen wollen Und die jetzt wirklich sehr professionell angehen Und die auch wissen Da wird ein Haufen Geld investiert Und so weiter Da kann man auch da hingehen Ja, wie auch immer Dann ein Gruppentreffen Der Ausgub in Halle Am 12.06. 13.06. Nochmal Business Nochmal vor der Mary Jane Messe Der CB Club Berlin Cannabis Business Club Netzwerkerei und so weiter Business Gedöns Will ich auch mal kurz vorbeigucken 13.06. Dann Fachgespräch Auch am 13.06. Donnerstag abends Da bin ich auch dabei In Berlin Vor der Mary Jane Blablabla Das wird organisiert Von den Grünen Im Abgeordnetenhaus In Berlin How to legalize Die Cannabis-Teil-Legalisierung In Berlin Wie geht das jetzt da weiter Warte es mit Säule 2 Und so weiter Kriegen wir hier Cannabis-Clubs 13.06. Donnerstag abends Das ist kostenlos Aber Anmeldung nötig Und dann natürlich Die Mary Jane selbst 14.06. Bis 16.06. Riesen Messe Wird immer größer Da sind wir mit dem Handverband Mit dem Infostand Dabei natürlich Und jederzeit Für euch da Erreichbar Wir freuen uns Über einen Besuch Wenn ihr bei der Mary Jane Seid Dann macht die Ortsguberei Neckar Ein Infostand Beim Weinheimer Weinstadtfest Sehr schön Cannabis-Infostand Auf dem Weinfest 15.06. In Bamberg Tritt sich die Ortsgruppe Am 18.06. Heidelberg Gibt es nochmal Den Hanftisch Blaulerei Am 18.06. Mit der Ortsgruppe Dann Bochum Infostand der Ortsgruppe Dortmund In Bochum Am 20.06. In Darmstadt Am 21.06. Hanftisch Der Ortsgruppe Am 22.06. Infostand Ortsgruppe in Mannheim So und jetzt Auch nochmal Drei andere Termine Und zwar In Berlin Am 22.06. Am 23.06. Eine Führung Im Museum Mit Helene Bartrop Die Historikerin Und eine Lesung Mit Helene Bartrop Historikerin Der große Rausch Zum Thema Drogenprohibitionen Und wie ist das überhaupt Dazu gekommen Und wie ist das Einzuschätzen Und so weiter Das habe ich Schon mal vorgetragen Die meisten haben Wahrscheinlich jetzt Ein Déjà-vu Das ist nämlich Damals ausgefallen Vor zwei Monaten Oder was Weil Frau Bartrop Krank war Nee Barrop Und jetzt Ist ja wieder da Ja also Da haben wir wohl Damals trotzdem Eine schöne Führung gehabt Und alle Leute Waren zufrieden Und so Aber jetzt ist das Ganze eben Nochmal mit Frau Bartrop Genau Am 22.06. Die Führung 23.06. Lesung Und dann Die Mary Jane Selber Am 14. Bis 16.06. Ja Da wird dann natürlich Auch nochmal richtig Was los sein Und das war es Für heute Ja also Nächstes Mal In zwei Wochen Geht es dann hier Weiter mit den News Vielleicht melde ich mich Zwischendurch nochmal Ganz kurz Aber ansonsten Tierisch beschäftigt Nächste Woche Und kommt zur Cannabis-Normal-Konferenz Ja auch deswegen Sind wir sehr beschäftigt Weil wir für euch da Tolle Sessions vorbereiten Ich freue mich auf euren Besuch Und wünsche euch noch Nachdem ihr natürlich Den Kanal beglocken müsst Und das Video Geliked haben müsst Und so weiter Einen schönen Tag Und einen Geroosamen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.